Flux FM in digitaler Gesellschaft. Anfang der Woche hat Greenpeace zum Start der Republika bislang unter Verschluss gehaltene TTIP-Dokumente ins Netz gestellt, geleakt. Was für Schlüsse können wir aus diesen unfreiwilligen Einblicken jetzt ziehen? Speziell natürlich auch was das Internet angeht, zum Beispiel den Datenschutz und vieles mehr. Da passt es doch sehr, dass der Digitale Gesellschaft e.V. heute wie auch jeden Mittwoch zu Besuch ist. Ein gemeinnütziger Verein, der sich für Grundrechte und Verbraucherschutz im digitalen Raum einsetzt. Alexander Sander ist da, ich grüße dich. Hallo. Noch schon geplagt von der Republika, immer am Hin- und Herren, heute Abend wieder da auf der Bühne. Genau, etwas kaputt. Die drei Tage sind dann doch anstrengend. Es ist dann auch schön, wenn es dann heute erstmal wieder vorbei ist und man ausschlafen kann. Das glaube ich, aber trotzdem schlägt natürlich bei solch einer Veranstaltung eure Uhr sozusagen. Genau, genau. Wir haben uns damals eben auch auf der Republika gegründet, deswegen ist das auch für uns eine sehr wichtige Veranstaltung. Jetzt wollen wir natürlich, weil ihr seid Experten, nochmal kurz über TTIP sprechen. Wie gesagt, am Montag wurden die Dokumente geleakt. Worum geht es nochmal kurz zusammengefasst bei TTIP? Was ist die Kritik? Also grundsätzlich ist dieses TTIP ein Handelsabkommen, welches zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossen werden soll. Es geht darum, Handelshemmnisse abzubauen. Das könnten zum Beispiel Zölle sein, aber hier ist man sich ja schon relativ weit entgegengekommen. Deswegen geht es jetzt eigentlich darum, zum Beispiel Verbraucherrechte anzupassen oder eben überhaupt Gesetze so anzupassen, dass die Märkte relativ gleich sind. Sodass dann eben Unternehmen, die in Amerika tätig sind, in etwa die gleichen Bedingungen vorfinden wie in Europa und umgekehrt. Sodass dann Unternehmen sozusagen relativ zügig auf den neuen Markt auch Fuß fassen können und sich da eben zurechtfinden. Das ist die Idee von diesem Abkommen. Das Problem dabei ist aber eben, dass vor allen Dingen eben Verbraucherrechte hier unter Druck geraten können. Und es gibt da eben verschiedene Bereiche, weil das eben ein sehr breit gefächertes Abkommen ist, dass eben Lebensmittel betroffen sind, aber eben auch netzpolitische Themen wie zum Beispiel eben der von dir schon angesprochene Datenschutz. Und wir konzentrieren uns natürlich auf die netzpolitisch relevanten Aussagen in diesen Leaks jetzt. Und ja, da ist einiges zutage gefordert worden, was bisher noch nicht ans Licht der Öffentlichkeit geraten ist. Ja, also da wollen wir natürlich ins Detail gehen. Ihr habt es euch ja schon auch angeschaut, durchgelesen. Was zeigen diese Leaks? Was offenbaren die? Also es zeigt sich auf jeden Fall, dass erstmal die Verhandlungspositionen von EU und USA relativ weit auseinander liegen. Es gibt zum Beispiel auch einen relativ großen Streit über sogenannte Schiedsgerichte. Das bedeutet, dass eben, wenn Unternehmen von Amerika zum Beispiel auf den europäischen Markt kommen und dann eben nicht diese Bedingungen vorfinden, wie sie in Amerika sind, können diese Unternehmen dann vor nicht öffentlichen Schiedsgerichten gegen diese Gesetze klagen. Der Staat muss dann entweder diese Gesetze ändern oder hohe Strafzahlungen bezahlen. Und dadurch, dass das Ganze sehr intransparent läuft, ist das natürlich maximal zu kritisieren. Die EU möchte hier transparentere Möglichkeiten dieser Schiedsverfahren eröffnen. Die USA wollen das nicht. Das ist ein sehr, sehr großer Streitpunkt. Und hier sieht man, dass eben diese Verhandlungspositionen doch sehr, sehr weit auseinander liegen. Und da ist es durchaus fraglich, ob man dann tatsächlich eben noch diesen geplanten Abschluss des Abkommens noch in diesem Jahr halten kann. Und so wie es jetzt aussieht, ist es fraglich, ob man dieses Abkommen überhaupt abschließen kann. Denn die EU-Kommission hat sich hier auch schon also jetzt nach den Leaks durchaus in die Richtung geäußert, dass man hier nicht weiß, ob man tatsächlich noch zum Ende der Verhandlungen kommt. Und man hört jetzt auch schon aus den Nationalstaaten, die auch über TTIP wahrscheinlich abstimmen müssten, dass hier eben die Zustimmung zu diesem Abkommen unter diesen Bedingungen momentan also durchaus fraglich ist und dass dieses Abkommen möglicherweise eben scheitern kann. Und dieses Abkommen beinhaltet natürlich auch Veränderungen für die digitale Gesellschaft in Europa. Welche Auswirkungen hätte TTIP eben dafür? Also genau, wir haben jetzt eben diese Dokumentik, die geleakt wurden, haben einen Bereich, wurde schon verhandelt. Da geht es um den Telekommunikationsmarkt. Das ist zum Beispiel im Bereich Netzneutralität sehr wichtig. Und Netzneutralität bedeutet eben, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden, unabhängig vom Absender, Empfänger und Inhalt der Daten. Und jetzt ist es so, dass man eben in Amerika eine Regulierung zur Netzneutralität hat und in Europa eine Regulierung zur Netzneutralität hat. Diese unterscheiden sich. In Europa ist man auch gerade dabei, mit Regulierungsbehörden die tatsächlich so auszugestalten, dass dann eben dieser Gesetzestext, der im EU-Parlament und vom Rat, also den Mitgliedstaaten der EU, vereinbart wurde, dann tatsächlich so interpretiert wird, dass den Telekommunikationsunternehmen auch anwenden können. Da sind nämlich noch einige offene Fragen. Und jetzt wäre es eben denkbar, dass dann zum Beispiel amerikanische Unternehmen eben nach Europa kommen und hier bei den Regulierungsbehörden dann direkt gegen die Verordnung vorgehen können, also sagen können, es gibt hier bestimmte Regeln, die passen uns nicht. Die müssen das auch nicht groß begründen, sondern können einfach sagen, es gefällt uns nicht, das macht unser Geschäftsmodell kaputt oder wir kommen ja nicht so richtig auf den Markt klar. Wir wollen zum Beispiel, dass Zero-Rating verschwindet und dann müsste eben diese Regulierungsbehörde darüber nachdenken und kann eben völlig undemokratisch, ohne Kontrolle, ohne öffentliche Konsultation, ohne Debatte zum Beispiel dieses Zero-Rating, ja diese Klauseln öffnen und eben damit es ermöglichen, dass Zero-Rating stattfinden kann. Kannst du uns Zero-Rating nochmal ein bisschen erklären in ein paar Sätzen? Ja genau, also Zero-Rating ist zum Beispiel, man kennt das im Bereich Mobilfunk, dass man hier ja Datenpakete kauft, zum Beispiel ein oder zwei Gigabyte. Und wenn dieses aufgebraucht ist, bestimmte Dienste immer noch mit derselben Datenqualität durchgeleitet werden, so wie zum Beispiel Spotify wäre sowas, dass man hier eben, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, immer noch Spotify hören kann, ohne dass das dann eben von dem Provider auf die Rechnung geschlagen wird. Das nennt man Zero-Rating und das ist insofern problematisch. Also man stelle sich zum Beispiel vor, dass es ein Zero-Rating für die Wikipedia gäbe oder eine einzelne Nachrichtenseite und hier dann eben die Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich dazu mehr oder weniger genötigt werden, ihre Informationen von einer einzigen Quelle zu bekommen und eben nicht mehr die komplette Bandbreite des Internets abrufen können und dadurch dann halt eben auch zum einen die Informationsfreiheit ein bisschen leidet. Also man kann sich nicht mehr wirklich so breitflächig informieren, wie man das sonst kann und natürlich auch die Meinungsfreiheit leidet, weil man ja auch zum Beispiel auf bestimmten Portalen dann seine Meinung nicht mehr sagen kann oder die Informationen einfach eingeschränkt sind, die einem zur Verfügung stehen. Deswegen sprechen wir uns klar gegen Zero-Rating-Regelungen aus. Wir setzen uns eben auch dafür ein, im Rahmen dieses Regulierungsprozesses, der jetzt in Europa stattfindet, dass es kein Zero-Rating geben darf. So wie es jetzt in TTIP formuliert ist, könnte es aber eben sein, dass dann Unternehmen einfach direkt, obwohl das EU-Parlament zum Beispiel gesagt hat, es darf kein Zero-Rating geben, zu den Regulierungsbehörden gehen und das versuchen da eben über solche intransparenten Gerichte zum Beispiel einfach wegzuklagen. Du hast eben ja auch schon angesprochen, EU-Kommission unter anderem hat Zweifel, ob das Abkommen überhaupt noch zustande kommen kann oder wird. Ja, was meinst du, wie wird es nach diesen Leaks jetzt erstmal weitergehen? Also wir wissen ja auf jeden Fall, dass diese Leaks noch nicht vollständig sind. Also das spiegelt nicht den aktuellen Stand der Verhandlungen wider. Es wurden auch andere Themen zum Beispiel in TTIP schon verhandelt. Vor einem Monat etwa wurde über das Thema geistiges Eigentum, also auch Urheberrechte gesprochen. Also hier könnte es zum Beispiel sein, dass Regelungen wiederkommen, die wir aus ACTA kennen, also dass sowas wie Netzsperren droht, also dass bestimmte Seiten im Internet nicht mehr zugänglich sind oder dass eben auch möglicherweise Leute ihren Internetanschluss verlieren, wenn sie bestimmte Urheberrechtsverletzungen begehen oder ähnliches. Das ist bisher alles nicht bekannt. Also von dem, was wir jetzt bisher wissen, wissen wir zum Beispiel, dass es problematisch auch im Bereich Datenschutz sein kann. Also hier gibt es eben auch keine Regelungen darüber, wie jetzt mit dem Thema Datenschutz umgegangen werden soll. Also es sind noch sehr, sehr viele offene Felder, wo noch entweder also drastisch nachgebessert werden müsste und sich die Verhandlungsparteien eben tatsächlich annähern müssen, was aber demnach nicht aussieht. Und dazu stehen noch viele, viele weitere Themen eigentlich auf der Verhandlungsagenda, von denen wir noch gar nicht wissen, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, beziehungsweise die auch noch gar nicht diskutiert wurden zwischen der EU und den USA. Und man hat sich ja zum Ziel gesetzt, noch in der Obama-Legislatur sozusagen TTIP abschließend zu verhandeln. Es ist ja so, dass die aktuellen Präsidentschaftskandidaten in den USA dem TTIP eher kritisch gegenüberstehen. Und deswegen will man das jetzt eigentlich so ein bisschen durchpeitschen. Aber so wie jetzt die Verhandlungen aussehen, sieht es nicht so aus, als könne man das in diesem Jahr abschließen. Und wenn man es in diesem Jahr nicht schafft, wird es sehr, sehr schwierig, TTIP überhaupt irgendwann mal abzuschließen. Was aber nicht heißt, dass die Ideen, die in diesem Abkommen drin sind, nicht versucht werden, über andere Handelsabkommen möglicherweise wieder auf den Weg zu bringen. Also dass hier dann einfach diese Regulierung unter anderem Namen nochmal versucht werden, vielleicht im Einzelnen zu verhandeln. Da muss man dann wachsam sein. Man muss wachsam sein, genau. Man kennt das ja von ACTA. ACTA haben wir ja sozusagen dann verhindern können. Und nur wenige Monate später ist man dann auf die Idee gekommen, halt ein neues Handelsabkommen zu machen, in dem Fall TTIP, wo dann eben diese Regulierung, die man da nicht durchgekriegt hat, einfach versucht werden, in dieses neue Handelsabkommen mit aufzunehmen. Von daher werden wir das auf jeden Fall diesem ganzen Themenkomplex Handelsabkommen weiter verfolgen. Und heute Abend wird natürlich auch nochmal darüber diskutiert. Auf der Republika seid ihr zu Besuch auf der Stage Nummer zwei. Die ist, glaube ich, recht groß. Ist ja auch von großem Interesse, das Thema. Ihr werdet über die TTIP-Dokumente sprechen. Worüber noch? Es wird auch um die EU-Urheberrechtsreform gehen. Die ist jetzt gerade so im Entstehen. Also es soll auch dieses Jahr losgehen mit der Reform des Urheberrechts in Europa. Dann werden wir nochmal über die Vorratsdatenspeicherungen reden, wie es da jetzt weitergeht. Und ein weiteres wichtiges Thema ist für uns die WLAN-Störerhaftung. Hier hat ja die Kanzlerin Merkel gestern ein Machtwort gesprochen, hat gesagt, die WLAN-Störerhaftung muss jetzt abgeschafft werden. Das bedeutet eben, dass ich mein WLAN der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stellen kann, ohne dass ich damit rechnen muss, abgemahnt zu werden. Hier kommt also jetzt auch wieder Bewegung in die Debatte. Und wir wollen natürlich, dass jetzt noch vor dem Sommer hoffentlich diese Lösung dann auch auf den Weg gebracht wird und wir unsere WLANs frei zur Verfügung stellen können, ohne dass wir abgemahnt werden. Und das könnt ihr heute live verfolgen im Netz. Falls ihr nicht eh rumlauft auf der Republika, dann wird das gestreamt über die Republika-Seite. Das geht um 17.30 Uhr los, da seid ihr auf der Bühne. Genau, eine Stunde lang. Und es gibt auch eine Aufzeichnung, wer es nicht schafft, nachzugucken. Ach, sehr gut. Mal sehen, ob ihr das alles in einer Stunde unterbringen könnt. Und natürlich können wir euch gerne weiter verfolgen auf der Seite vom Digitale Gesellschaft e.V. Ihr seid im Netz vertreten und bringt uns immer auf den neuesten Stand, was all diese Themen Grundrechte, Verbraucherschutz im digitalen Raum angeht. Alexander Sander war hier bei Flux FM. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, mir auch. Sei weiter fleißig auf der Republika. Feiern nicht so hart. Morgen ist der Feiertag. Ja, genau. Und Gruß an die Kollegen. Ja, vielen Dank. Danke, tschüss. Danke, tschüss.